Keinen weiteren Fehler geben, aber jetzt tut ja Oleg Verniaev und der hat das Wort vielleicht vermutlich nicht mal im Vokabular. Genau, er ist wirklich sehr stabil, was er zeigt. Er ist zweiter geworden an dem Olympischen Spiel im Meerkampf. Also er könnte eigentlich an jedes Gerät hier hinzugehen und ist überall etwa gleich gut. Schwalbe zum Auftakt. Gerade nochmal. Und löst die Doppelsalto hier mit dem Kreuzhang auf, hat alle Positionen wirklich kontrolliert. Auch in dieser Stützwagge quatscht. Merniaev. Könner. Auch an den Ring. Doppelzucker Haar an. Mit dem kleinen Ausfallschritt. Aber bringt seine Übungen, wie üblich, sauber durch. Und das geht um ganz 따quete Motivationenρίerves. Das ist jetzt noch einmal im K course machen. Das ist doch auch ein intellectual oder haul. K pienst nämlich um die Menge an.